Der Mann, der fand mich mal ausgezahmt aus irgendeinem Grund. Er war immer so ein schlecht gelauner Bese. Da wünschte ich, er wäre tot und nachts hab ich geträumt. Und am nächsten Tag, da ist der Tod gewesen. Mein Mann, das war ein Schlappschwanz, sie wissen, was das heißt. Wer was Ähnliches zu Hause hat, ist im Klaren. Da träumte ich von seinem Tod mit einer Woche drauf. Hat dein Riesel der Gäuel überfahren. Was nehmen Sie ab? Was nehmen Sie ab? Und bringen Sie mich nicht zum Schäumen. Sie sind bis jetzt ein feiner Mann, doch wenn ich sie nicht leiden kann, dann traue ich nur, wenn du so treu und schimmst. Gib uns schützend das Geläumt zur Liebessehung. Ja, da könnte so viel geschehen. Ja, da geht's. Überhaupt nur. Nein. Nein. Wo du hinfällst, da will ich auch hinfallen. Ach, Polly. Uns bleibt nur der heimliche Ort unserer Liebe. Weißt du, alle Bessis halten mich für eine Bette. Das ist mir peinlich. Weißt du, Polly, ich teile gern. Du bist so solidarisch, Geliebter. Aber es ist keine Schande für dich, arm zu sein, Geliebter. Bleib so, wie du bist. Weil du mir im Fenster lieber bist. Zum Beispiel. Mau, sie singst fast heute Nacht. Heute Nacht, heute Nacht. Nachdem so viel. Dem sind Paris. Wir können das nutzen. Ich hoffe, wir alle nutzen das. Herzlichen Dank. Wir hatten viel Spaß. Wenn es Ihnen gefallen hat, sagen Sie es weiter. Vielleicht, wenn es Ihnen nicht gefallen hat, dann behalten Sie es. Also machen Sie bitte Werbung, dass wir hier weiter solche Veranstaltungen haben können. Nochmal herzlichen Dank. Herzlichen Dank.